Ich melde mich noch ganz schnell zurück mit einem Quick-Tipp, denn gerade bei Amazon auf den Aufsteigern des Tages hier rumgesurft, habe ich festgestellt, The Untouchables, die Unbestechlichen, ist jetzt hier verfügbar und bestellbar bei Amazon für 42,99 Euro. In der Collectors-Edition dann das Steelbook und auch Indiana Jones. Wir können es ganz schnell mal durchgehen. Ihr seht es, ich habe es mir gerade bestellt hier. Eine richtig schöne Edition wird mit Sicherheit hier auch sehr schnell ausverkauft sein. Dennoch möchte ich jetzt das auch einfach mal als Dokumentation haben, dieses Video, falls es später irgendwann wieder verfügbar ist, zu einem teureren Preis. Ihr wisst schon die Geschichte. Also, dann haben wir Untouchables hier im 4K Ultra HD Steelbook. Wie das Steelbook aussieht, können wir bei Zavi nachgucken. Vorderseite, Rückseite und auch Innenprint. Echt geile Sache. Zum 9. Juni für 32,99 Euro. Dann haben wir Indiana Jones jetzt auch verfügbar. Jäger des verlorenen Schatzes. Limitierte Steelbook 4K Ultra HD. Und im High Definition Ninja Forum haben wir dann hier auch noch die Vorderseite, Rückseite, Innenprint. Und da gibt es angeblich noch ein Mini-Poster. Ob das bei uns auch verfügbar sein wird, werden wir sehen. Und hier eben für 32,99 Euro verfügbar. Dann auch noch Grease verfügbar. Ab dem 9. Juni für 24,99 Euro. Also Grease 2. Und hier haben wir das Steelbook ebenfalls bei Zavi gelistet. Und können uns Vorderseite, Rückseite und auch Innenprint ansehen, falls wir uns dafür interessieren. Und aktuell noch ein richtig tolles Schnäppchen. Center Stage limitiertes Media Book. Ja, das habe ich euch bereits vorgestellt. Inklusive einer Review hier findet ihr unten in der Videobox, falls ihr euch dafür interessiert. Und das war es auch schon mit dem Quick-Tipp. Wie gesagt, da muss man höchstwahrscheinlich schnell sein. Und deswegen einfach mal hier so als kleiner Hinweis für euch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald meine Freunde und Servus.